Wo machen wir ein bisschen eine Nebelkerze, damit die hier im Studio nicht dauernd das zerlabern? Trauen Sie das, Max Eberl, schon zu, dass er so die... Ja, aber hör auf, der ist so lange im Geschäft, der kennt jeden Trick. Ja, aber Gladbach war schon was anderes, als wenn man bei Bayern... Da hat man nichts auf der Naht in Gladbach. Irgendwann sollte der auf der Glatze Locken drehen. Aber was so den Umgang Öffentlichkeit betrifft, also was wir gerade so dieses PR-Gestalten, wann Abteilung Attacke, wann The Trend is your friend, wann antizyklisch all das, was Uli Hoeneß uns in den letzten Jahrzehnten an Strategien mit auf den Weg gegeben hat. Clever genug ist er, intelligent genug ist er, lang genug im Geschäft ist er. Und er kann ja immer zum Tegernsee fahren. Und wenn er gar nicht mehr weiter weiß, wird Uli Hoeneß nicht mit seiner Meinung zurückhalten und mit dem guten Ratschlag. Ja, ja, das wird schon passen.